Moin, in diesem Video geht es um eine Voreinstellung in Microsoft 365, die datenschutzmäßig interessant ist. Standardmäßig ist das System so konfiguriert, dass wenn ein Benutzer gelöscht wird, der Vorgesetzte automatisch Zugriff auf das OneDrive for Business des Benutzers erhält. Und ja, okay, das kommt ein bisschen aufs Unternehmen an, aber ich finde es ist vorstellbar, dass in dem persönlichen OneDrive for Business des Benutzers, des Mitarbeiters, auch wirklich persönliche Daten liegen, die nicht Unternehmensdaten sind. In manchen Unternehmen gibt es da vielleicht eine Betriebsvereinbarung oder ähnliches, in der festgelegt wird, dass alles, was irgendwie in Microsoft 365, in den Konten, an den Unternehmenscomputern eingegeben wird, dass das alles Unternehmensdaten sind. Um sicherzugehen, dass ihr nicht die Persönlichkeitsrechte von irgendwelchen ehemaligen Mitarbeitern verletzt, solltet ihr euch dafür mal Gedanken drüber machen und die Einstellungen gegebenenfalls anpassen. Ich demonstriere hier erst einmal, was da überhaupt passiert. Also ich habe jetzt hier mein Microsoft 365 Admin Center und habe hier einige Benutzer. Einer dieser Benutzer, das ist jetzt hier der Hans Maulwurf, der hat als Manager, also als Vorgesetzten, die Miriam Graham eingetragen. Und in meiner Testumgebung ist diese Standardeinstellung der Access Delegation auch aktiv. Wenn ich jetzt den Benutzer lösche, dann gibt es hier auch eine Checkbox. Einem anderen Benutzer den Zugriff auf OneDrive-Daten von Hans Maulwurf für 30 Tage gewähren, nachdem der Benutzer gelöscht wurde. Wenn man das hier explizit auswählt, klar, dann kann man einem anderen Benutzer da den Zugriff erteilen. Aber selbst wenn ich diese Option jetzt hier nicht auswähle, dann wird es einfach im Standard dem Vorgesetzten zugewiesen. Ich mache also weiter und lösche den Benutzer. Das dauert einen kleinen Moment und die Geschichte ist durch. Der Benutzer ist gelöscht. Es dauert dann ein paar Stunden und dann erhält der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte eine E-Mail. Die ist nicht so schön formatiert, also es ist einfach hier so ein Block von Text. Aber letztendlich steht hier drin, hey, der Account von diesem Mitarbeiter von Hans Maulwurf wurde gelöscht und das OneDrive for Business wird für 30 Tage aufbewahrt. Und bis dahin wird dann der Empfänger dieser E-Mail Owner, also Besitzer von allen Daten in dem OneDrive for Business. Und dann ist hier auch ein Link zu dem OneDrive. Da die E-Mail irgendwie nicht so cool formatiert ist, ist das zumindest bei mir jetzt hier in Outlook on the Web nicht klickbar. Aber ich kann mir den einfach kopieren und in einem neuen Browser-Tab einfügen. Und dann öffnet sich hier das komplette OneDrive des Mitarbeiters, der jetzt gelöscht wurde. Und ich kann das hier alles als jemand anderes, als der Manager, als die vorgesetzte Miriam, kann ich jetzt hier die Daten einsehen. Wie könnt ihr jetzt überprüfen, ob das bei euch auch der Fall ist und das gegebenenfalls deaktivieren, wenn ihr es denn möchtet. Also zunächst einmal müssen wir ins Microsoft 365 Admin Center gehen, also admin.microsoft.com. Ich bin hier bereits als globaler Administrator angemeldet und klicke dann im Menü links auf SharePoint. Hier im SharePoint Admin Center dann auf weitere Funktionen und dann Benutzerprofile. Dann gibt es hier die Einstellung für meine Website und da klicken wir dann auf meine Websites einrichten. Und auf dieser Einstellungsseite scrollen wir ein bisschen weiter nach unten bis zum Punkt Bereinigen meiner Website. Auf Englisch heißt das My Site Cleanup. Und hier gibt es dann die Option Zugriffsdelegierung aktivieren. Die ist im Standard aktiviert und sorgt halt dafür, dass das OneDrive dann an den Manager automatisch delegiert wird. Diese Option deaktiviere ich jetzt. Und nur zur Info, dieses hier zweiter Besitzer, dort könnte man eine weitere Person eintragen und diese zweite Person würde dann Zugriff auf einen OneDrive bekommen, wenn kein Manager bei einem User hinterlegt sein sollte. Dann scrollen wir mal nochmal nach ganz unten und zum Speichern müssen wir unten nämlich nochmal auf OK klicken. Das ist wichtig, sonst wird das Ganze nicht gespeichert. Das Setzen dieser Einstellung ist bei mir relativ langsam, also die Seite lädt da relativ lange. Und wenn man dann direkt wieder bei meine Websites einrichten reinguckt, dann kann das manchmal sein, dass die Option da noch aktiviert ist. Aber wenn man ein bisschen wartet und dann später in die Option reinguckt, dann ist es eigentlich auch wirklich deaktiviert. Damit ist dieser Vorgang für zukünftige Benutzerlöschung deaktiviert. Allerdings, wenn jetzt schon ein Vorgesetzter, ein Manager Zugriff auf das OneDrive eines gelöschten Mitarbeiters bekommen haben sollte, dann wird es dadurch nicht automatisch gelöscht. Die Berechtigung wird nicht automatisch entzogen. Das heißt, die hätten dann gegebenenfalls noch bis zu 30 Tage weiterhin Zugriff auf die Daten von einem ehemaligen Mitarbeiter. Um rauszufinden, ob das der Fall ist, ob da noch solche Zugriffe vorhanden sind, habe ich mir ein paar PowerShell-Skripte gebaut und habe die auf meinem Blog veröffentlicht. Also dignet.de und den genauen Link zu dem Blogpost verlinke ich natürlich auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Da sind dann die Skripte drin vorhanden und die könnt ihr euch dann da rauskopieren. Ich habe mir hierbei die einzelnen Schritte auch in einzelne Skriptdateien aufgeteilt. Also zunächst einmal lese ich mir die ganzen OneDrive-Berechtigungen mit dem Microsoft Online SharePoint PowerShell-Modul aus. In einem weiteren Skript prüfe ich dann mit dem Azure AD-Modul, ob der Name des OneDrives, also der Name von einem freigegebenen OneDrive, ob dazu noch ein Benutzer in Azure AD vorhanden ist. Wenn kein Benutzer mehr dazu vorhanden ist, dann scheint das ein gelöschter User zu sein und dann könnte da der Zugriff, der da drauf erteilt ist, dann auch von einem Manager sein. Okay, ich kopiere mir erstmal das gesamte Skript hier, gibt es dann auch eine kleine Schaltfläche Copy und ich füge mir das einfach einmal in der PowerShell ISI ein. Falls ihr das Microsoft Online SharePoint PowerShell-Modul noch nicht installiert haben solltet, dann könnt ihr das schnell nachinstallieren mit dem Commandlet Install Module. Grundsätzlich zum Installieren von PowerShell-Modulen habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Ich verlinke das hier einmal nochmal und ansonsten kann ich hier das einfach einmal schnell machen. Dann gibt es hier im Skript ein paar Variablen, die wir anpassen müssen. Zunächst einmal den SPO Tenant Name, also den SharePoint Online Tenant Name. Den könnt ihr zum Beispiel im SharePoint Admin Center sehen. Das ist der Teil, der in der URL vor Bindestrich admin.sharepoint.com steht. Bei mir ist das also Dignet Demo Tenant. Das kopiere ich mir einmal, gehe wieder in mein Skript und füge das dann hier bei der Variablenzuweisung ein. Außerdem brauche ich hier einmal meinen SharePoint Admin Username, einfach weil der dann zwischenzeitlich verwendet wird, um einmal kurz temporär auch Admin-Berechtigungen auf die einzelnen OneDrive-Sites zu bekommen. Aber diese Berechtigung, die entziehen wir uns im Nachgang auch wieder selbst. Ist aber anscheinend technisch dafür notwendig, also um die Berechtigung von einer OneDrive-Site einsehen zu können, brauchen wir erstmal Admin-Rechte für die Site. Bisschen lustig, dass man das braucht, um dann auch wieder die Admin-Rechte rauszufinden, aber lassen wir das mal. Gut, ich habe hier meinen Admin-Username eingetragen. Der Rest kann im Grunde einfach so gelassen werden. Das heißt, ich speichere mir das Skript einmal ab, zum Beispiel auf dem Desktop. Aber wir können einmal noch mal kurz durchgehen, was das Skript hier macht. Zunächst einmal listen wir uns alle OneDrive-Sites auf. Das geht mit dem Commandlet get-spo-site, wenn wir den Parameter include-personal-site mitgeben. Außerdem filter ich hier hinten noch mit where-object einmal weg, dass sogenannte redirect-sites ausgeschlossen werden, also dass die dann nicht mit in der Liste drinstehen. Dann gehen wir durch alle OneDrive-Sites einmal durch mit einer for-each-Schleife, fügen uns selbst dort mit set-spo-user als Admin hinzu, also hier Site-Collection-Admin. Bisschen Logging ist da auch noch eingebaut. Und anschließend können wir dann mit get-spo-user uns für diese einzelne Site einfach mal alle User-Zuweisungen anzeigen. Auch hier filter ich mir wieder was weg mit where-object und zwar schaue ich, dass mir nur die Einträge zurückgeliefert werden, wo das Attribut is-site-admin true ist, also nur wenn es ein Seiten-Administrator ist, ein Site-Collection-Admin. Außerdem will ich natürlich keine Einträge von meinem eigenen Admin-User sehen und ich möchte auch keine Einträge sehen, wo der User selbst eingetragen ist, dem die Site eigentlich gehören sollte. Gruppeneinträge interessieren mich auch nicht. Mit Measure-Object schaue ich dann hinterher einfach einmal, wie viele Admin- oder User-Einträge denn da jetzt überhaupt zurückgegeben wurden und gebe dann entsprechend Text aus und mit einem PS-Custom-Object, was ich mir am Ende erstelle, befülle ich dann letztendlich eine CSV-Datei, wo dann die einzelnen Einträge alle drinstehen sollten. Zu guter Letzt entferne ich meinen eigenen Admin-User wieder von der SharePoint-Site, das heißt, dass ich dann im Anschluss da keine Admin-Rechte mehr habe. Okay, dann führe ich das Skript einmal aus. Ich muss mich hier natürlich mindestens nochmal als SharePoint-Online-Administrator authentifizieren und dann läuft das Skript ein bisschen. Achso, das Skript versucht in c-temp reinzuschreiben, also dass da eine Log-Datei und die CSV-Datei entstehen. Falls ihr den Ordner noch nicht habt, dann solltet ihr den vorher erstellen. Ich habe da jetzt keine Prüfung eingebaut im Skript. Da ich eine relativ kleine Umgebung habe, ist nur eine Testumgebung, wird mir jetzt hier auch nicht zu viel ausgegeben und das dauert auch nicht allzu lange. Ich kriege hier direkt in der Shell so ein paar Ergebnisse zurückgeliefert, aber auch eine CSV-Datei, die dann in c-temp liegt. Die könnte ich natürlich mit Excel öffnen, habe ich jetzt hier in meiner Test-VM nicht installiert, deswegen gucke ich da erstmal nur mit Notepad rein und sehe dann hier verschiedene Einträge, nämlich jeweils eine Site-URL und dann einen Eintrag, wer dort als Admin drinsteckt. Wobei zwei Einträge jetzt hier Admin-Konten betreffen, das ist für mich nicht so relevant. Also die letzten beiden Spalten sind Additional User Display Name, also der Anzeigename des zusätzlichen Benutzers, der dort zur Site hinzugefügt wurde, der Site-Collection-Admin-Rechte hat und dann auch noch der Login Name, also der User Principal Name, der Anmeldename. Und da sehe ich jetzt hier halt zwei Einträge mit Test-Admin, die ich mir mal spaßeshalber angelegt hatte und einen Eintrag, der jetzt wirklich relevant ist, wo keine Admins drinstehen, nämlich die OneDrive-Site von Hans Moelwurf, wo dann Miriam Graham drauf Zugriff hat. Ich habe mir dann eine Möglichkeit überlegt, das Ergebnis ein bisschen weiter zu filtern und habe da jetzt das etwas veraltete Azure AD-Modul verwendet. Theoretisch könnte man das natürlich auch mit dem Microsoft Graph-Modul umsetzen. In meinem Fall war das jetzt aber einfacher, weil ich dafür keine weiteren Freigaben benötigt habe. Auch dieses Skript kann ich mir natürlich hier wieder aus dem Blog-Post rauskopieren und dann in der PowerShell ISI speichern. Falls ihr das Azure AD-Modul noch nicht installiert habt, dann das kann natürlich auch wieder per Install-Modul passieren. Und in meinem Fall gebe ich noch den Scope an, dass es nur im lokalen Benutzerprofil installiert werden soll und nicht systemweit, weil ich die ISI ohne lokale Admin-Rechte gestartet habe. Zunächst einmal muss ich den Pfad zu der CSV-Datei aus dem ersten Skript angeben. Dafür kann ich zum Beispiel mit Rechtsklick auf die Datei und dann hier als Pfad kopieren wählen und dann kann ich das hier beim Import-CSV-Befehl einfügen. Falls ihr irgendwelche Service-Accounts habt, die sowieso auf allen Sites drinstehen, dann könntet ihr die hier direkt noch mit so einer Where-Object-Clause wegfiltern. In meinem Fall ist das jetzt allerdings nicht so, deswegen könnte ich das jetzt auch entfernen. Und dann geht das Skript hier wieder durch alle Einträge der CSV-Datei durch, also quasi einmal durch jede Site. Und schaut einmal mit dem Commandlet getAzureAdUser, ob es einen Benutzer gibt, dessen Anzeigename mit dem Anzeigenamen der OneDrive-Site übereinstimmt. Standardmäßig hat die Site nämlich den Namen des Users. Um sicher zu gehen, filter ich dann hier auch noch Gäste weg, damit die dann nicht mit einbezogen sind. Gibt es ja auch manchmal, dass vielleicht ein Mitarbeiter existiert, einmal wirklich als interner Mitarbeiter, manchmal haben die dann noch einen externen Gast, aber ist so ein bisschen ein Edge-Case. Also falls der User existiert, wird es entsprechend vermerkt. Dann führe ich jetzt hier erstmal den oberen Block aus und werde dann nochmal nach Authentifizierungsinformationen für Azure AD gefragt. Und das Ergebnis ist jetzt in der Variable Sites. Das heißt, ich könnte mir jetzt zum Beispiel mit dieser Zeile hier das einmal in FT, also in Format Table, reinpipen und sehe dann, dass von diesen drei Sites nur noch ein User existiert. Wenn ich da so ein bisschen Statistiken haben zu will, kann ich das auch in Measure Object pipen. Dann sehe ich hier, bei zwei Sites haben wir das, dass der User nicht mehr existiert. Und ich exportiere mir jetzt einfach mal das gesamte Ergebnis nochmal in eine weitere CSV-Datei. Und das kann ich mir natürlich auch wieder in einem beliebigen Tool anzeigen, zum Beispiel einfach nur in Notepad. Und da habe ich jetzt nur noch zwei Einträge drin, nämlich einmal die OneDrive-Site Hans Moelwurf und Adele Vance. Wenn ihr jetzt in der Liste Einträge seht, die aber beibehalten werden sollen, dann könnt ihr die aus der CSV-Datei rauslöschen. Ich lösche jetzt hier zum Beispiel diese Zeile von der OneDrive-Site Adele Vance raus und speichere mir die Datei dann wieder ab. Für die finale Bereinigung gibt es dann ein drittes Skript. Ich kopiere mir das auch hier wieder aus dem Blog raus. Das ist dann Remove Additional OneDrive Owners. Auch hier erstelle ich mir einfach eine neue Datei in der PowerShell ISI, speichere sie mir einmal ab und muss jetzt hier auch nochmal den SharePoint-Tenant-Name und den SPO-Admin-User-Name eintragen. Aber wir können uns diese Info auch nochmal aus dem ersten Skript wieder rauskopieren. Wenn wir es da schon einmal eingegeben haben, dann müssen wir das ja nicht nochmal per Hand tippen. Also das hier nochmal rein. Was passiert jetzt in diesem Skript? Also zunächst einmal wird sich natürlich wieder mit SPO verbunden und dann diese CSV-Datei eingelesen. Da müssen wir einmal schauen, dass der Pfad stimmt. Bei mir ist das jetzt hier OneDrive Additional Managers Non-Existing Users. Könnte ich natürlich auch umbenennen, aber ich kopiere mir einfach den ganzen Pfad und füge das dann hier beim Import CSV-Befehl ein. Dann wird wieder durch alle Sites durchgegangen. Wir fügen einmal unseren eigenen Admin-User wieder automatisch als Site-Collection-Admin hinzu, damit wir weitere Einstellungen für die Site vornehmen können. Und dann entfernen wir zunächst einmal die Site-Collection-Rechte von dem zusätzlichen User, der jetzt in der CSV-Datei drinsteht. Dafür wird ZSPO-User verwendet. Klar wird dann gesagt, es geht um diese Site, es geht um diesen Login und besetzen dann die Option Is Site-Collection-Admin auf False. Also dem User werden die Admin-Rechte entzogen. Anschließend wird mit Remove SPO-User der User komplett von der Site entfernt. Das würde nicht gehen, wenn er noch die Site-Collection-Admin-Rechte hätte. Dann gibt es hier halt ein bisschen Logging und zu guter Letzt entfernen wir unseren Admin-User auch von der SharePoint-Site, also entfernen die Admin-Rechte. Gut, dann führen wir das ganze Skript nochmal aus. Ach, theoretisch hätte ich die Authentifizierung auch jetzt überspringen können, ist aber nicht so wild und das ist schon durch. Und hier habe ich jetzt einen grünen Text. Removed User Miriam G, bla bla bla, from Site Hans Maulwurf. Gut, das ist jetzt also entfernt. Dann wechseln wir einmal wieder zurück zu dem Account von Miriam, wo ich jetzt hier das OneDrive noch offen habe. Wenn ich jetzt einmal die Seite versuche neu zu laden, dann kriege ich jetzt hier ein Access Denied, also Zugriff verweigert. Da kommt jetzt der Manager nicht mehr in das OneDrive des ehemaligen Benutzers rein. Und das war auch alles, was ich euch jetzt in diesem Video zeigen wollte. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr es nützlich fandet, dann lasst bitte ein Like hier auf YouTube da. Ihr könnt auch den Kanal abonnieren, da gibt es dann auch weitere Videos von mir zu verschiedenen Microsoft 365 und PowerShell Themen. Danke fürs Reinschauen. Ciao.